Ich bin Albert Giger und habe fünfmal den Ringelin-Ski-Marathon gewonnen. Zusätzlich konnte ich die Olympia-Medaille in Sapporo in Japan gewinnen mit der viermal 10 km Olympiastafel. Als der Ringelin-Ski-Marathon 1969 gegründet wurde, war das für uns Spitzenläufer eine Sondersituation. Und zwar aus diesem Grund hat man uns eingeladen zum Mitmachen, aber wir haben gesagt, wir sind doch keine Volksläufer. Aber das Renommee der ersten Austragung war so riesengroß, dass wir uns gesagt haben, da müssen wir in Zukunft dabei sein. Und das Echo war in der Presse wirklich riesengroß und von dort weg hat sich das eigentlich nur noch gesteigert. Wenn man früher gesagt hat, wir sind Skilangläufer, dann haben die Leute immer so ein bisschen die Stirn gerunzt und gesagt, das sind die mit den roten Kappen und die mit den roten Socken. Und das Image ist nicht so gross gewesen, wo aber dann die Medaille kam im 2.70 in Sapporo. Das hat wirklich einen riesen Boom ausgelöst. Und da sind so viele Leute aufmerksam geworden auf den Langlaufsport, die nachher das selber probiert haben. Und aus diesem Grund hat es sich auch auf den Engadin-Ski-Marathon abgezeichnet, dass enorm viele Leute Interesse gefunden haben und unbedingt wollten an diesem Anlassen mitmachen. Der Marathon lebt von den guten Läufern, lebt von den mittleren Läufern, lebt von den weniger guten Läufern und lebt auch im hinteren Teilnehmerfeld. Vor allem von denen, die sich auch verkleiden, die den Applaus haben, die ja mit einer Rangliste nichts mehr zu tun haben. Und in diesem Moment wird genau gleich viel Applaus geben, vielleicht noch mehr als am Sieger. Denn wenn der Sieger einläuft, hat es weniger Leute auf der Strecke, als wenn die grosse Massen im Ziel einläuft. Vor allem der Start des Engadiners ist schon emotionsgeladen. Später ist mir das sogar noch als Organisator tief gegangen. Die letzten zwei, drei Minuten vor dem Start, die Anspannung der Leute, die riesen Massen, die vor einem dort steht. Also es hat mich fast ab und zu zu Tränen gerührt, die Stimmung, die gehörte am Start. Wenn jetzt eine Veranstaltung wie der Engadin-Ski-Marathon während 50 Jahren eine Erfolgsgeschichte ist, mit eigentlich immer wieder steigenden Teilnehmerzahlen, dann muss ich sagen, dann ist das eine Top-Veranstaltung in der Schweiz. Ich glaube, die Initianten hatten nicht das als Hauptgrund, wie gross oder wie bedeutungsvoll dieser Anlass wird. Sie hatten einfach mal die Idee, das zu machen. Und die Entwicklung, wie das dann herausgekommen ist, dass man schon nach wenigen Austrägen bereits über 10'000 Teilnehmer hat, das hätte niemand denken können. Das ist einfach, klar, Helvetia. Untertitelung des ZDF, 2020